Was für eine Tanzeinlage! Laura Maria Rüper setzt ihren Babybauch nun auf eine ganz besondere Art und Weise in Szene. Im August macht die Influencerin öffentlich, dass sie mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi ein Kind erwartet. Seitdem begeistert sie ihre Community immer wieder mit Schwangerschaftsupdates und niedlichen Babybauchbildern. Nun lässt Laura ihre Hüften kreisen und gewährt dank ihres Outfits freien Blick auf ihre Kugel. Wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, möchte die 26-Jährige nicht verraten. Ihrem großen Babybauch nachzuurteilen, dürfte sie aber schon mehr als die Hälfte hinter sich haben. Pietro schreibt zu dem Video, dass sich ihr kleiner Sohn aber Zeit lassen soll. Schließlich ist der DSDS-Juror gerade noch in Thailand. Seine schwangere Partnerin scheint ihn mit ihrem Babymama-Dance allerdings auch aus der Ferne aus den Socken zu hauen. Der Sänger kommentiert ihr Video mit den Worten Sexy Mami. Doch auch Lauras Fans reagieren total begeistert auf die Performance. Ihr Video ist damit wohl ein voller Erfolg.